Das ist das heutige Ziel, Schloss Salek, up to the hill, Schloss Salek. Schloss Salek Schloss Salek Das ist ein Marktplatz. Das ist ein Marktplatz. Das ist ein Marktplatz. See, water is frozen. Ganz schön anstrengend. Es ist ein bisschen stressvoll. Es hat Schnee an den Städten. Das ist Schloss Salek. Es heißt Castle Salek. Das ist ein sehr altes Städten. Man kann innen und ein Essen essen. Das ist schön. Aber ein bisschen günstiger. Das ist schön anstrengend. Das ist schön anstrengend. Das ist schön anstrengend. Das war's. Schöne Grüße aus dem eisigen Hammelburg. Ja, uh, I see greetings from Germany. See you. See you. See you. See you. See you.